Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren arbeitsrechtlichen Video. Heute lohnt es sich ganz besonders, denn es geht wieder einmal um einen Klausurklassiker, das Fragerecht des Arbeitgebers. Im folgenden werden wir uns zuerst anhand eines Beispielsfalls das Problem erschließen und dann im zweiten Teil des Videos verschiedene, besonders klausurträchtige Fragen durchgehen. Der Ausgangsfall sieht wie folgt aus. Die Schwangere M möchte sich bei Arbeitgeberin A um eine Stelle bewerben. Im Bewerbungsgespräch fragt A die M, ob sie schwanger sei. M hat Angst, die Stelle aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht zu bekommen und antwortet wahrheitswidrig, sie sei nicht schwanger. A stellt sie ein, erkennt aber ein paar Monate später, dass M offensichtlich ein Kind erwartet. Daraufhin erklärt A die Anfechtung des Arbeitsvertrags, weil M sie belogen habe. Damit A anfechten kann, brauchen wir zuerst eine Anfechtungserklärung. Die liegt vor. Die Frage ist nun, ob A auch ein Anfechtungsrecht zusteht. In Betracht kommen 123 Absatz 1 Variante 1 und 119 Absatz 2 BGB. Wenn es um das Fragerecht des Arbeitgebers geht, würde ich euch raten, mit der Anfechtung auf Grundtäuschung, also 123 BGB, zu beginnen. Im Rahmen dieser Vorschrift wird das Problem klassischerweise diskutiert. Prüfen wir also los. Hat M hier getäuscht? Ja, sie hat falsche Angaben über ihre Schwangerschaft gemacht. M täuschte auch vorsätzlich, also arglistig. Womöglich war die Täuschung der M aber gerechtfertigt. Wie könnte man eine solche Rechtfertigung dogmatisch konstruieren? Anders als die Täuschung ist die Drohung nach dem Wortlaut des 123 Absatz 1 BGB nur dann ein tauglicher Anfechtungsgrund, wenn sie widerrechtlich erfolgt. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass es Fälle gibt, in denen man zurecht droht. Da Täuschung und Drohung als Anfechtungsgründe auf einer Stufe stehen, muss es auch Situationen geben, in denen man zurecht täuscht. Es muss dogmatisch zumindest möglich sein, dass eine Täuschung gerechtfertigt ist. In Fällen nicht widerrechtlicher Täuschungen ist 123 1 Variante 1 deshalb teleologisch zu reduzieren. Damit kommen wir zum nächsten dogmatischen Knackpunkt. Wie kann hier begründet werden, dass die Täuschung nicht widerrechtlich ist? Wenig elegant wäre es, sich sofort in eine Interessenabwägung zu stürzen. Schöner lässt sich die Rechtfertigung der Täuschung an 227 BGB aufhängen. M hätte nicht widerrechtlich getäuscht, wenn sie in Notwehr gegen einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff der A gehandelt hätte. Als Angriff kommt eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der M in Betracht. Dieses ergibt sich, wie ihr wisst, aus Artikel 2.1.1.1 Grundgesetz und umfasst auch das Recht zur informationellen Selbstbestimmung. M darf also selbst entscheiden, welche persönlichen Daten sie offenlegt. Das Recht der M zum Schutz ihrer informationellen Selbstbestimmung wird aber durch berechtigte Informationsinteressen der A eingeschränkt. Normativ kann sich A hier auf die Vertragsfreiheit aus Artikel 2.1 Grundgesetz und ihre Unternehmerfreiheit aus Artikel 12 und Artikel 14 berufen. Die beiden widerstreitenden Interessenpositionen sind in einen Ausgleich zu bringen. Nur wenn das Interesse der M überwiegt, liegt eine unzulässige Frage und somit ein rechtswidriger Angriff vor, der eine Notwehrlage begründet. Eine Schwangerschaft betrifft die besonders geschützte Intimsphäre der M. Da nur Frauen schwanger werden können, führt die Frage nach einer Schwangerschaft zudem potenziell zu einer geschlechtsbezogenen Diskriminierung, die gegen § 7.1.1 und § 3.1.2 AGG verstößt. Nach herrschender Meinung ist die Frage nach einer Schwangerschaft deshalb immer unzulässig. Das gilt sogar dann, wenn die werdende Mutter wegen eines Beschäftigungsverbots aus Gründen des Mutterschutzes praktisch gar nicht arbeiten würde. Somit besteht eine Notwehrlage. Alternativ kann man den Angriff auch datenschutzrechtlich begründen, wenn man noch enger am Gesetz arbeiten möchte. Aus Artikel 6.1.1 Datenschutz-Grundverordnung ergibt sich, dass jede Datenerhebung einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Für Arbeitnehmerdaten enthält die DSGVO in Artikel 88 eine Öffnungsklausel, von der Deutschland Gebrauch gemacht hat. Einschlägig ist für uns deshalb § 26 Bundesdatenschutzgesetz. Gesundheitsdaten gehören zu den besonders schutzwürdigen Kategorien personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 DSGVO. Auf diesen Artikel 9 verweist § 26 Absatz 3 BDSG und gibt einen Auslegungsmaßstab vor, den man in der Klausur nur abschreiben muss. Insbesondere ist die Datenerhebung unzulässig, wenn das schutzwürdige Interesse der betroffenen Personen an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegt. Mit den oben angestellten Erwägungen begründet man hier, dass es zwar im Grundsatz ein fragerechtes Arbeitgebers gibt, bei einer Schwangerschaft aber das schutzwürdige Interesse der Arbeitnehmerin überwiegt. Die somit unzulässige Datenerhebung ist ein Angriff gegen ein notwehrfähiges Rechtsgut, die informationelle Selbstbestimmung. Die Notwehrlage liegt also auch auf diesem Weg vor. Machen wir uns noch einmal klar, wo wir im Schema sind. Eine Täuschung liegt nicht vor, wenn sie nicht widerrechtlich ist. An der Widerrechtlichkeit könnte es fehlen, wenn M in Notwehr handelte. Eine Notwehrlage besteht, weil in der Informationserhebung entweder ein nicht gerechtfertigter Eingriff in das APR der M oder ein Verstoß gegen 26 BDSG liegt. Wie geht es mit der Prüfung der Notwehr weiter? Zu klären ist noch, ob die Lüge der M auch eine rechtmäßige Notwehrhandlung war. Hier könnte es an der Erforderlichkeit der Lüge fehlen, wenn M als gleich geeignetes milderes Mittel hätte schweigen können. Dann hätte A allerdings ziemlich schnell 1 und 1 zusammenzählen können, sodass M ihre Schwangerschaft faktisch doch preisgegeben hätte. Schweigen wäre deshalb nicht gleich geeignet gewesen. Die Lüge war also eine erforderliche Notwehrhandlung, M handelte gerechtfertigt und die Täuschung war im Ergebnis nicht widerrechtlich. Damit haben wir in aller Ausführlichkeit begründet, dass kein Anfechtungsgrund nach 123 BGB vorliegt. In der Examensklausur kann man natürlich, soweit nötig, an verschiedenen Punkten abkürzen. In jedem Fall begründen sollte man das Erfordernis einer widerrechtlichen Täuschung. Notfalls geht man danach einfach sofort in eine Abfügung über. Als kleinen Annex sollte man noch eine Anfechtung nach 119 Absatz 2 wegen Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft ansprechen. Hier sollte man dann aber immer zum gleichen Ergebnis kommen. Wenn sogar eine Täuschung gerechtfertigt ist, dann kann sich der Irrtum des Arbeitgebers nicht auf eine verkehrswesentliche Eigenschaft im Sinne des 119 2 BGB beziehen. Auch insoweit liegt also kein tauglicher Anfechtungsgrund vor. Als zweiten Punkt wollen wir uns noch einige andere Fragen anschauen, die Arbeitgeber typischerweise stellen. Die Diskussion, ob eine wahrheitswidrige Antwort zulässig ist, erfolgt, wie oben, stets im Rahmen der Widerrechtlichkeit der Täuschung. Als grobe Leitlinie kann gelten, eine Frage ist eher zulässig, wenn sie einen klaren Bezug zur Tätigkeit des Arbeitnehmers aufweist. Jetzt aber konkret. Woran könnte man sich bei Fragen nach Vorstrafen eines Bewerbers oder einer Bewerberin orientieren? Bei Fragen nach Vorstrafen sollte man sich am Bundeszentralregistergesetz orientieren. Wenn Vorstrafen gemäß 53 BZRG nicht mehr im Führungszeugnis stehen, muss man darüber auch nichts sagen. Ansonsten gelten die allgemeinen Grundsätze. Eine pauschale Frage nach allen Vorstrafen ist eher unzulässig. Geht es aber um konkrete Vorstrafen mit einem Bezug zum Berufsbild, ist die Frage zulässig, sodass eine Täuschung widerrechtlich ist. Fragen nach Krankheiten sind zulässig, wenn sie einen deutlichen Bezug zum Beruf aufweisen. Einen angehenden Chirurg darf man eher nach seiner HIV-Infektion fragen als einen angehenden Rechtsanwalt. Schwierig zu handhaben ist die Frage nach einer Schwerbehinderteneigenschaft. Diese zieht für den Arbeitgeber mehrere Rechtsfolgen nach sich. Insbesondere muss er eine Ausgleichsabgabe nach 160 SGB IX zahlen, wenn er nicht genügend Schwerbehinderte beschäftigt. Eine pauschale Frage nach der Eigenschaft ist bei der Einstellung wohl trotzdem unzulässig. Es kommt vielmehr wie bei Gesundheitsfragen darauf an, ob die konkrete Schwerbehinderung in einem Zusammenhang mit dem angestrebten Beruf steht. Fassen wir also noch einmal zusammen. Eine Täuschung im Einstellungsverfahren ist nur dann ein tauglicher Anfechtungsgrund, wenn sie widerrechtlich erfolgt. Eine Rechtfertigung kann sich daraus ergeben, dass eine Frage datenschutzwidrig erfolgt und somit einen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung darstellt, der notwehrfähig ist. Im Einzelnen sollten dann die widerstreitenden Interessen abgewogen werden. Entscheidendes Kriterium ist im Zweifelsfall, wie relevant eine Frage für den konkreten, auszuübenden Beruf ist. Das war es von mir zum Fragerecht des Arbeitgebers. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.